Das eine sage ich Ihnen, sollte Ihr Mann mich tatsächlich kündigen, dann werde ich Sie mit mir hinunterziehen. Hast du eine Ahnung davon, was du getan hast? Antworten wir! Diese ganze Sache muss um jeden Preis vertuscht werden. Meine Reputation und mein Job haben oberste Priorität. Und ob wir beide weiter zusammenleben werden, das werden wir sehen.